First know that during this time, you won't get a strike when content is removed, unless YouTube systems have high confidence that it violates our policies. YouTube systems are amazing at detecting patterns across enormous amounts of content. That these are from YouTube deleted. It's not only about my videos, but you won't think about what it is for me. It's not only videos, which have no strikes earned, but also videos, which could be a good thing. And yes, I have to do a video about actual YouTube-Lächerlichkeiten. For tomorrow's next video. Where videos to YouTube-Lächerlichkeiten come to you scheinbar also very good. Letzte Woche habe ich ein Video gemacht, das sich hauptsächlich mit den negativen Seiten von Cannabis beschäftigt. Ich bin davon ausgegangen, dass das einer der Videos ist, wo ich mir am sichersten sein kann, dass das nicht gegen die YouTube-Richtlinien verstößt, aber nein, YouTube hat dieses Video letzte Woche gelöscht und meine Beschwerde gegen die Löschung wurde 10 Minuten nach meiner Beschwerde abgelehnt. You're gonna have to expect more time for reviews. Bei diesem Video fand ich das besonders schade, weil es echt das Potenzial hat, tausende Kiffer ihren Konsum hinterfragen zu lassen. Nachrichten wie diese hier, in denen mir Leute sagen, dass sie wegen dem Video mit ihrem Weed-Konsum aufgehört haben, zeigen mir sehr deutlich, wie viel Potenzial das Video hat, den Menschen zu helfen. Doch mein Video ist nicht das einzige Beispiel in die Richtung. Mimi hat vor zwei Jahren das Video Beef mit Luna hochgeladen. Ein Video, das sehr gut auflistet, warum es vielleicht gut wäre, den Fleischkonsum zu reduzieren. Dieses Video hat auch letztens einen Strike bekommen. Dann kam erstmal die Antwort von YouTube zurück, dass es ein Fehler war und der Strike wurde zurückgenommen. Dann hat YouTube ein paar Tage später wieder ihre Meinung geändert und hat das Video wieder runtergenommen. Das Video hätte auch so viel Gutes aus der Welt erreichen können, weil es bestimmt einige dazu gebracht hätte, den Fleischkonsum zu reduzieren, was man doch eigentlich nur befürworten kann. Zusätzlich war das Video einfach verdammt witzig, kreativ, aufwendig und gut recherchiert. Also ein Video, dem man mehr nachtrauern kann, als wenn irgendein Standard-Greenpeace-Video gelöscht worden wäre. Außerdem wurde diese Woche noch ein Video von Just Nero gelöscht, in dem er einen YouTuber exposed, der Katzen quält, aber so tut, als würde er sie retten. Die Strike-Beschwerde wurde auch schon abgelehnt. Also sein Video wurde wegen Cybermobbing gesperrt und der Dude, der die Katzen quält, macht noch fröhlich weiter Videos? Auch dieses Video wäre ein Video mit echt positiven Effekten auf der Welt. Durch das Video hätte man den Typ vielleicht eher geschnappt oder wenigstens seine Channels gelöscht. Das Video war auch wirklich verdammt gut recherchiert und hatte eine echt schreckliche Sache aufgedeckt. Just Nero hat mir übrigens berichtet, dass er das Video vor der Löschung zur Monetarisierung eingereicht hat. Dort wurde es angeblich von einem menschlichen Reviewer als werbefreundlich eingestuft. Also erst werbefreundlich und dann verstößt es plötzlich gegen die Richtlinien. Denn what the fuck? Die YouTuber iBlali, Rewi, Unge und MontanaBlack haben übrigens auf mindestens eins dieser Videos reagiert und komplett gezeigt und haben keinerlei Löschungen erfahren. Was natürlich auch gut so ist, aber es zeigt einfach nur, wie broken das System ist. Denn wenn ein Video gegen die Richtlinien ist, dann muss es doch auch gegen die Richtlinien sein, wenn man es komplett zeigt. Mir kommt es so vor, als wäre das größte Problem an der Sache, dass YouTube hier vorgibt, dass diese Entscheidungen alle von Menschen getroffen werden. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass das fast ausschließlich AIs sind. Welcher Mensch sieht ein Video gegen einen Tierquäler-YouTuber und sagt, oh, das muss von YouTube gelöscht werden? Es sind entweder AIs oder Menschen, die kein richtiges Deutsch können oder von YouTube völlig komische Anweisungen bekommen. Das Video von Just Nero und mir ist übrigens wieder online, aber nur, weil wir YouTube auf sämtlichen Kanälen penetriert haben. Lustigerweise habe ich nach der Wiederherstellung von einem YouTube-Kontakt die Nachricht bekommen, dass sie sich dazu entschieden haben, es nicht wiederherzustellen, was auch wieder zeigt, wie verplant das Ganze ist. Eigentlich habe ich hier noch einen Part eingebaut, wo ich meinen Patreon, Twitch und Discord und Telegram-Channel pushe, aber das ganze Problem soll nicht auf meine Person reduziert werden. Das YouTube-Strike-System ist völlig unfair, verrückt, unnachvollziehbar und irgendwie auch schädlich. Das betrifft viele YouTuber, nicht nur mich. Mimi und Just Nero sind beides YouTuber, mit denen ich privat auch Kontakt habe. Wenn zwei Leute, die ich persönlich kenne, schon dieses Problem haben, mag ich mir nicht ausmalen, wie groß dieses Problem eigentlich wirklich ist. Wie viele YouTuber haben nur ein paar hundert Abonnenten, deren Fälle völlig unter dem Radar landen? Wie viele Videos, die eigentlich viel Gutes in der Welt erreichen können, werden von YouTube gelöscht? Bitte richtet das YouTube, lockert eure Regeln, benutzt weniger Bots. Ich hoffe, dieses Video reicht vielleicht irgendwen, der für YouTube arbeitet und auch Mitspracherecht hat. Nicht so wie die Mitarbeiter, die nur vorgefertigte Texte abschicken. Das wäre sehr schön. Bis zum nächsten Mal.